Nach dem Tod des portugiesischen Motorradpiloten Paolo Gonçalves bei der Rallye Dakar soll es eine Untersuchung des Unfalls geben. Der 40-Jährige war offenbar mit seiner Maschine zwischen Riyadh und Wadi Al-Dawazir in Saudi-Arabien gestürzt. Wie genau ist unklar. Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle blieben erfolglos. Die Veranstalter äußerten ihr Bedauern über das Unglück. Sie kündigten aber gleichzeitig die Fortsetzung des Rennens am Montag an. Gonçalves hatte zum 13. Mal an der Rallye Dakar teilgenommen. Es war der erste Tod auf der Veranstaltung seit fünf Jahren.